Hallo liebe Bürgerinnen und Bürger, mein Name ist Eveline Janssen und ich bin die Leiterin des Wahlbüros der Universitäts- und Hansestadt-Greiswald. Hier im Verwaltungsgebäude am Tierpark befindet sich seit heute das Briefwahlbüro. Wir haben seit heute geöffnet und hier hat man also die Möglichkeit gleich vor Ort die Briefwahl durchzuführen oder sich aber die Unterlagen abzuholen oder sich zuschicken zu lassen. Welche Möglichkeiten haben Sie? Den Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung können Sie hierfür ausfüllen und uns zukommen lassen. Sie können aber auch das Online-Portal auf unserer Internetseite nutzen, um sich den Wahlschein zu beantragen mit den Briefwahlunterlagen. Die Öffnungsseiten befinden sich auf der Rückseite unserer Wahlbenachrichtigung und auf unserer Internetseite sind Sie auch noch mal nachzulesen. Gleichzeitig habe ich eine kleine Bitte an Sie. Auf unserer Internetseite finden Sie auch unsere Musterstimmzettel zu den drei Wahlen, die am 9.6. durchgeführt werden und es wäre für Sie hilfreich und auch für uns, wenn Sie sich auf diesen Musterstimmzetteln schon einmal einen Überblick verschaffen und vielleicht Ihre Partei, Ihren Kandidaten finden, damit Sie nicht zu lange in der Wahlkabine suchen müssen.